Das Silicon Valley Europas zu werden, erfordert natürlich einiges an Engagement, auch von Seiten der Wirtschaft. Ich meine, der Politik, die Wirtschaft kann das nicht alleine bewerkstelligen. Ich meine, die Politik, die Politik kann... Ein wichtiger Bestandteil des Ganzen ist der vorbereitende Bericht für die Kommission. Kannst du dazu schon was sagen? Naja, es sollte um die Frage gehen, ob Klimaszenarien, Systemstabilisierende... Er wird in dieser Bericht dann gebunden, wenn alles fertig ist. Ich mache die Einführung in die Simulationsforschung bei Berger. Mit Lehrauftrag? Und ist der an einer Stelle geguckt? Theoretisch schon. Und praktisch? Ist die Stelle schon wieder ausgelaufen? Ja, und? Weiter weiß ich im Moment leider nicht. Ja, ich leider auch nicht. Aber ich hätte da eventuell etwas mehr für dich als einen Lehrauftrag. Das muss auch gar nicht groß ausgeschrieben werden. Und eine 28-Prozent-Stelle, das ist nicht besonders anspruchsvoll. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der menschliche Einfluss ein entscheidender Faktor ist. Beim Nudging geht es um eine Sozialtechnologie, die einem dabei hilft, sich selbst zu belohnen. Aber das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir uns unter einer solidarischen und verantwortungsvollen Hochschule vorstellen. Entschuldige, aber so generiert man doch keine Catchphrase. Sind die Studierenden wieder da? Das ganze Smart-House-System ist am Zusammenbrechen. Und Sie haben nichts dagegen unternommen? Eigentlich habe ich nur überlegt, wie es weitergeht. Wie geht es denn weiter? Da hätte ich einen Vorschlag. Nudging, nudging. Nudging, nudging. Da warten wir jetzt einfach ab, oder? Ja, ist sowieso völlig diffus, was Sie wollen. So leicht beeindruckt man uns nicht. Tته ist ja vor, dass der Faktor ist ja Vielen Dank.